Als nächstes ein Instrumentalstück, wir nennen sowas immer ein Opi, weil es ist ein, wir spielen mehrere Opus, wir wussten nicht den Plural von Opus, dann haben wir einfach Opi genannt. O, Opi, Opera, Opera, hat mit Opern jetzt nichts zu tun, nein. Okay, das erste ist also für mich jetzt keine Herausforderung, da muss ich auf der Gitarre schon mal ein paar Töne mehr spielen. Und vor allen Dingen, jetzt wird es auch noch aufgezeichnet, oh my Buddha, na gut, das erste Stück ist ein schottisches Stück, Jocko Hazeldean, dann kommt eine Hornpipe, die heißt The Boys of Blue Hill, und dann kommt ein Slipjig, The Swaggering, und dann kommt noch ein Riel hinterher, The Salamanca. Hast du Hardim and the Filla vergessen? Hardim and the Filla habe ich auch noch vergessen, der stimmt, der kommt da auch noch. Also ein Opi, bestehend aus vielen Stücken aneinander. Müssen wir das jetzt wirklich? Ja, wir lieben uns in der Bette. Okay, bist du bereit? Was? Wo? guitar solo 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 guitar solo